Heute ist einer der Tage Das Gefühl, wir haben uns selbst übertroffen Wird am Ende dieses Tages unter Wahnsinn verbucht, komm wir fliegen Lass die anderen doch laufen Und alles wird gut Und dann es werden wieder Wie so gut Geh runter Feuer, Bass vertragen Hier ist nochmal ein Reservekanister Das habt ihr euch alle schön hängen Das passt ja schon Hilfe, Hilfe, Hilfe Da vorne brennt der Busch Zu schnell, zu schnell Absetzen Solange brennt der Busch Wasser ist nah am Stelle der Oberflogen getranken Erteile eine Bilder Gibt es ein die erste Uhr Zu anbieten Über die nächste Uhr Seit groß ist die Uhr Die erste Uhr Die räunten und die lege Zeit Laut ist das Angriff Vorrechstum Seit nachhören Genau Bei Grifstum mit erstem Räumen Die lege Zeit Die räunten und die lege Zeit Die räunten und die lege Zeit Die räunten und die räunten Die räunten und die räunten Wo ist das Loch? Halt du fest. Erstes D-Sprayrohr war vermacht. Der Abkühlung ist erfrischend. 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 Die Abkühlung ist erfrischend. Es gibt zwei Systeme. Das andere ist Normaldruckgeräte. Ich setze die Maske auf. Die muss ganz dicht einmal im Kopf sitzen. Dann schließe ich den Lungenautomat an. Dann kann ich atmen. Hier unten ist das Ausatmenventil. Das ist der Abkühlung. In diesem Bereich befindet sich die Luft. Und das hier, was ihr jetzt hier so seht, das ist die Dichtung. Die muss drauf sein. Deswegen darf ein Feuerwehrmann auch kein Badträger sein oder kein Vollbadträger. So der Bad, das geht, oder das, was der Uwe hat hier unten, das geht auch noch. Die Maske nicht wird hier hinten hoch. Genau. Das heißt also, ein Vollbad ist nicht, weil dann wird die Maske nicht. Die Luft auch da rausgeht, ja. Seht ihr das an? So, jetzt mal schon mal langsam. Das ist die Restluftwaren-Einrichtung und die, wenn die erhöht, das ist spätestens das Signal, um den Rückzugsweg anzutreten. Das heißt also, dann muss ich wirklich abbrechen, aber wenn jetzt die Person, die leider gesucht wird, wenn sie gefunden haben, sofort raus. Und wenn du da, musst du aber den Helm absetzen. Hier haben wir schon was drauf. Ja. Richtig, so. Jetzt siehst du die Verbändung über den Kopf. Darf ich dir mal helfen? Pass mal auf. Mach nur mal kurz ab, bitte. Ich was sehe, so. Jetzt nimm das Feuerwehrteil wieder drauf. Jetzt hast du die Verbändung drüber, jetzt nimmst du hier oben nochmal, und jetzt gehst du erstmal hin, ziehst du einmal hier beide auf der linken, nimm mal hier die Hand und die andere Hand hier drüber und das Teil. Jetzt ziehst du das mal nach hinten zu. Jetzt gehst du mal hin, machst du das Kopfteil hier oben, ziehst du mal zu, hier oben, genau. So, und jetzt hast du hier neben nochmal, hier hast du nochmal eins und da, genau. Die ziehst du jetzt auch nochmal kräftig zu. So, und jetzt kannst du feststellen, ob das, darfst du mal gucken auf der Nase, ob das jetzt gut. Und jetzt nimmst du die flache Hand, machst das mal, die Hand so vor den Mund und ziehst du mal, ziehst du mal, ziehst du mal, das mal einatmen. Hast du das jetzt gesehen? Die Maske, oder habt ihr das gesehen? Ich mach es nochmal hier hinten, dass ihr alles seht. Einfach so hin. Habt ihr gesehen, wie die Maske sich an das Gesicht ran? Das ist die Dichtprüfung. Und somit ist die Maske jetzt auch dicht. Jetzt könnt ihr die Hand anschließen, Helm auf und ab ins Feuer. analysieren, was wir machen. Das ist die Dichtprüfung. Wie ihr seht, die Dichtprüfung, die sich liegt heute nur 30 Jahre. Scheiße, kurze, haben wir keinen kurzen Ort. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Arten enthalten wollen. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sollte es raus lassen, Luft raus. Genau, Luft raus. Lass uns zeigen die Luft raus, dass wir rein. Wir wollen uns nicht, ich möchte das noch ein bisschen besser sitzen, sonst noch was drüber. Sollte es alles raus? Ja, genau. Ganz wichtig nach dem Tauchen auch zu trinken. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Luft, die wir jetzt geatmet haben, habt ihr ja aus Stahlflaschen geatmet. Und von Luftfeuchtigkeit habt ihr ja auch alle schon was gehört, dass es so was gibt. Und bevor wir diese Luft in die Flaschen da reinpressen, ziehen wir alles Wasser, was wir kriegen können, da raus. Die ist total trocken, habt ihr sicherlich auch gemerkt, wenn man einen trockenen Hals kriegt. Ihr verliert bei dem, was wir eben gemacht haben, mindestens ein Dreiviertel bis ein Liter Wasser. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe schon zu einigen gesagt, uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart eine ganz tolle Truppe und so viele Menschen in eurem Alter auf dem hohen Niveau, was ihr uns geboten habt, finden und selbst. Es war echt toll, was ihr da gemacht habt. Es war gut. Es war sehr interessant. Es war neu jetzt auf jeden Fall. Es war wackelig. Es war schön, unter Wasser zu atmen wie bei den Meergefrauen. Nein, Meergefrauen sind jetzt frei. Am Anfang habe ich noch gemerkt, meine Atmung war nicht regelmäßig. Es war nur so ein bisschen hektisch. Und dann aber wurde das so regelmäßig. Dann habe ich mich auch daran gerückt. Dann hat man auch vergessen, dass man das Ding im Mund hat. Man hat irgendwie immer das Gefühl, man bekommt viel Luft. Aber dann wusste man ja, die Flasche ist da und man ist gesichert und alles ist gut. Ja. Da kann ich zu sprechen. Du musst nicht mit anderen anfangen. Du musst es ja oft kursieren. Ich glaube, ich will das noch andere machen. Na ja, Meer heißt ja auch auf jeden Fall was anderes. Es ist viel tiefer. Ja, also das heißt schon auf jeden Fall was anderes. Also in der Tat voller Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz kurz was sagen und zwar, wir haben ein kleines Geschenk dabei. Ich würde mich freuen, weil wir in den letzten paar Tagen richtig viel Spaß hatten und überrascht waren, wie toll es eigentlich war. Und deswegen wollten wir das noch übergeben an euch als Erinnerung des Bedarfs. Ich würde mich einfach mal sagen, weil es war so toll, was alles für uns gemacht ist, um zu gelaufen. Ja, super. Ja, super. Ja, danke. Genau. Danke schon. Danke so. Wir haben alle von euch danke. Dann werden sich die Kollegen aber ganz bestimmt freuen, wenn sie das jetzt nachher sehen werden. Ja, die Einsätze. Genau. Also wenn man das alleine jetzt ist, das kriegen die ganzen Kollegen jetzt mit. Sehr cool. Danke auch. Ja, vielen lieben Dank. Ja, danke. Danke. Ja, danke. Musik 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 Zulage, Rind, Wald, Wasser, Knabestelle, Fahrzeug, Angriffskrupp mit 1. Räuber, die linke Seite zur Rassbekämpfung vor! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020